Ich muss reiten, reiten wie der Wind, um wieder frei zu sein. Ich war nie der, der Tat, dass man die Gefahr. Ich werde reiten wie der Wind, bevor ich alt werde. Und jetzt kommt ein bewegender Gruß der Grenzgänger. . . . . . Amen. 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 Hätte ich den Brief des Arztes weitergelesen, dann hätte ich auch vorlesen sollen. Machen Sie dem Tobi einen schönen Abschied bei seiner Beerdigung. Keine trockene, langweilige, unpersönliche Veranstaltung, sondern eine richtige Show mit qualmenden Reifen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020